Also wenn man sich die klassische Physio im Jahr 2024 anschaut, dann ist es leider zu wenig, zu wenig Training. Es wird immer noch versucht, viel über eine manuelle Therapie, über passive Techniken zu heilen. Hi Silvan, willkommen hier bei uns im Studio. Wie geht's dir? Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr, hier heute zu sein. Ich freue mich auch. Mir geht's sehr gut, doch. Vielen Dank. Sehr schön. Wir haben ja zu Glück hier im Studio auch relativ kühl. Draußen ist es heute sehr heiß. Es ist echt krass. Es war so ein bisschen meine Hoffnung, dass ihr ja hier ein bisschen Temperiertes habt. Ja, zum Glück sind wir auch nicht ganz verschwitzt hier. Tatsächlich haben wir heute Kameras aufgebaut. Das heißt, ihr könnt uns da draußen dieses Mal auch live auf YouTube mitverfolgen, wenn ihr möchtet. Es gibt uns natürlich auch auf allen anderen Audioformaten wie immer. Aber falls ihr Lust habt auf Video, das an der Stelle ein kleiner Tipp von mir, falls ihr uns einfach mal auch im Videoformat sehen möchtet. Genau. Aber zum Glück, wir haben es hier kühl. Das heißt, wir sind vorbereitet auf unser Gespräch, auf das ich mich schon sehr freue. Wie schaut es aus? Hast du die Woche schon Sport gemacht? Oh, definitiv. Also ich habe inzwischen einen Coach seit Mai, um so ein bisschen mehr Struktur in mein eigenes Training zu bringen. Ich habe das vorher alles immer selber programmiert. Und du kennst es vielleicht selber. Man ist dann sein schlechtester eigener Coach, wenn man das übernimmt, weil man dann doch irgendwie an bestimmten Stellen dann mal Sachen skippt, die man eigentlich machen müsste. Und an dieser Stelle liegt mir grüßt an Tobi, wenn du das hörst. Der macht einen richtig guten Job, um da wirklich auch an den Stellen zu arbeiten, die relevant sind. Das ist jetzt ein guter Mix, so aus zwei Tage im Fitnessstudio so ein bisschen Pumpen, was mir sehr, sehr gut tut. Und drei Tage mehr so Weightlifting, Powerlifting-based. Okay. Und Outdoor bist du gar nicht unterwegs? Hin und wieder mal. Also wir hatten jetzt vor zwei Wochen, wo ich ein bisschen unterwegs war, mal wieder eine Session auch draußen auf dem Platz. Da komme ich ursprünglich mal her. Also ich kenne eigentlich Track and Field so sehr, sehr gut aus meiner Kindheit. War selber 100- und 200-Meter-Sprinter. So zwischen 15 und 20, sage ich mal. War schon lang. Ja, das war eine gute Zeit. Und ich nehme daraus auch nach wie vor sehr, sehr viel mit und liebe es, auf dem Platz zu sein. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so Daily-Basis für mich. Ja, ich meine das Gute ist natürlich immer am Gym. Man ist nicht so sehr ans Wetter gebunden. Total. Man kann auch bei jetziger Hitze draußen, muss man seine Einheiten vielleicht nicht auf die Morgenstunden oder auf die Abendstunden verlegen. Genau. Das ist natürlich ein Vorteil. Genau. Aber ansonsten, es ist ein sehr, sehr cooler Mix und da sind auch immer mal auch Dinge mit dabei, die mich wieder herausfordern und die neue Dinge wieder ermöglichen, was echt cool ist. Und ich bin gespannt, wo wir jetzt diese Reise dann bis zum Ende des Jahres noch hinbringen. Ich habe natürlich auch so ein paar Zielstellungen und ich bin gespannt, wo wir da rauskommen. Er meinte schon so, du musst dir im Sommer dann neue Zielstellungen festlegen, weil wir auf jeden Fall weiterkommen werden. Sehr cool. Das möchte man auch hören vom Coach, oder? Ja, hundertprozentig. Das ist das Beste. Hundertprozentig. Cool. Ja, ich habe tatsächlich auch gestern ein bisschen Kraftsport gemacht, ein bisschen Leg Day. Also es zieht noch ordentlich. Deswegen, ich bin froh, dass wir sitzen und stehen oder Treppen laufen heute. Aber ja, also deswegen, ich habe auch eine gewisse Verbundenheit zum Kraftsport, obwohl ich natürlich hauptsächlich Läufer bin. Aber es ist schon auch was, was in meinem Training Platz findet, sage ich jetzt mal. Ja, es ist auch eine sehr, sehr wichtige Ergänzung. Ja, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen. Exakt. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Und zwar hattest du schon mal eine Sportpause durch eine Verletzung? Ja, tatsächlich auch in dieser Leiterdetikzeit. Ich hatte sehr krasse Probleme. Zwischen 16 und 18 damals mit so meinen Schienbeinkanten. Das kennen wahrscheinlich viele von euren Zuhörerinnen und Zuhörern mit so Schinsplints. Ganz klassisch leider auch so ein Überlastungsding. Und damit hatte ich auch selber Probleme. Es war teilweise so krass, dass ich dann nach dem Einlaufen, so zwei, drei Platzrunden, wirklich keinen Schritt mehr gehen konnte. Krass. Und damals dann echt so mir die Frage gestellt habe, so wofür mache ich das? Und durch so eine Phase mal durchgegangen bin. Und ich auch jetzt inzwischen weiß, dass wenn Klientinnen und Klienten zu mir kommen mit genau so einer Problematik, wo einfach dieses Sportding so in Frage gestellt wird, kann ich das überhaupt weitermachen? Dass ich aus meinen Erfahrungswerten schöpfen kann und sagen so, ey, das kriegt man alles irgendwo hin. Bei mir hat es damals dazu geführt, dass ich einfach mehr Krafttraining gemacht habe. Hatte damals einen sehr, sehr guten Coach, der es einfach sehr gut auch mit handeln konnte und wir viel über Belastungsmanagement dann das probiert haben. Und dann ging es zu den Wettkämpfen immer ganz gut, aber es war nach wie vor in jeder neuen Saison, immer wenn es vom Winter wieder nach draußen auf die Bahn ging, immer wieder ein Problem. Und dann habe ich irgendwann auch so nach der Schulzeit, nach dem Abitur gesagt, okay, ich will mich beruflich anders orientieren. Ich will nochmal eine andere Stadt sehen. Bin dann damals umgezogen und habe so diese Physio-Ausbildung angefangen. Und dann kam einfach eins zum anderen, dass ich dann gesagt habe, okay, weniger laufen, mehr Gym. Und seitdem habe ich auch, was das angeht, zum Glück keine Probleme mehr. Merke aber, wenn ich wieder viel Volumen draußen unterwegs bin, gerade mit Spikes und so, dann ist das schon auch mal wieder gereizt. Also das ist nicht ganz weg, aber es ist sehr, sehr gut handelbar. Ja, cool, dass du dich sozusagen selber therapiert hast im Endeffekt. Ja, mit guten Anleitungen auf der Reise. Aber jetzt, na klar, auch mit dem Wissensstand heute weiß ich damit umzugehen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist halt auch eine sehr gängige Geschichte, dass es trotzdem wiederkommen kann. Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal ein bisschen thematisieren werden. Dass auch abgeheilte Sachen oder in dem Fall auskurierte Problematiken vielleicht dann doch wieder da sind. Dass es nicht einmal geheilt immer weg ist. Voll, voll. Das bleibt immer eine Schwachstelle, beziehungsweise etwas, was man im Training und in seiner weiteren sportlichen Karriere weiter auch mit inhaltlich adressieren sollte im Training. Und einfach da immer ein gutes Auge darauf haben muss, dass wenn doch mal wieder eine Reizung auftritt, man sich auf die Dinge zurückberuft, die man in so einer Reha-Phase auch mal dann im Training etwas stärker forciert hat. Voll, voll. Und ja, da einfach dranbleibt, da auch lebenslängig weiterhin dann auch Sport zu machen, weil das wollen wir alle. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend, ja, es gibt auf jeden Fall da dann einfach wichtige Dinge, die im Training drinbleiben müssen. Okay, aber so eine akute Sportverletzung hattest du zum Beispiel noch nicht. Also ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, toll, toll, toll. Wirklich, wir klopfen auf Holz an der Stelle. Hatte ich wirklich auch noch nicht. Finde ich aber super spannend, auch eben darüber zu sprechen. Weil wir haben auch in unseren Podcast-Folgen schon oft über so chronische Geschichten eher geredet. Viel natürlich über Plantarfassides, so die üblichen Sachen. Auch wie du sagst, Finsplints, Läuferknie, all das ist sehr bekannt. Aber natürlich gibt es auch Laufpausen durch, ja, heftigere Einwirkungen. Absolut. Also Brüche zum Beispiel sind ja halt ein großes Thema. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, wie wir da den Wiedereinstieg auch gestalten, auf gesunde Art gestalten. Aber vielleicht auch auf effektive Art gestalten, dass man, ja, vielleicht auch nicht, also sich so ein bisschen aufgenommen fühlt. Also besonders für die Leute, die vielleicht gerade unter irgendwas leiden oder gelitten haben oder leiden werden. Man weiß ja nicht, was passiert so im Leben. Ich glaube, für die Leute ist die Folge vielleicht ganz wertvoll, wenn wir die da so ein bisschen jetzt abholen und Hilfestellung geben im Endeffekt. Ja, das ist tatsächlich das Ding. Also man spricht immer so über diese Überlastungsschäden, was unfassbar häufig ist bei Läuferinnen und Läufern. Das macht wahrscheinlich 85 Prozent so der Problembilder und Beschwerden aus. Aber klar können ja auch schwerwiegendere Verletzungen, die dann plötzlich auftreten, passieren. Genau, plötzlich halt. So, und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Also das ist halt auch der Fall. Und auch da muss man irgendwie Strategien finden, wie man damit umgeht. Ja, nimm uns da doch gerne mal so ein bisschen mit. Was sind denn akute Sportverletzungen? Was zählt alles da drunter? Ich habe jetzt Bruch gesagt, das ist vielleicht, dass wir es alle noch kennen, aber es gibt ja noch mehr. Ja, also woran ich direkt denke, ist ein Umknicktrauma im Sprunggelenk. Also ich glaube, das können auch viele Leute, können da relaten, dass sowas natürlich sehr schnell mal passieren kann. Auch muss gar nicht so der Untergrund sein. Also es kann auch mal auf einer normalen Tatanbahn oder auf dem Asphalt irgendwie draußen passieren. Das muss jetzt nicht irgendwie eine Wurzel sein, worüber du stolperst, aber da auch so ein Moment der Unachtsamkeit oder vielleicht nach einem langen Arbeitstag und du willst dann doch nochmal irgendwie dich pushen und plötzlich passiert doch was. Das kann natürlich auftreten, Brüche, wie du richtig sagst, zum Glück dann doch sehr, sehr wenig, aber auch das kann passieren und häufig auch im Zusammenhang mit so chronischen Überlastungen, gerade so Ermüdungsbrüche im Bereich vom Mittelfuß, Ermüdungsbrüche im Bereich vom Unterschenkel. Das kommt schon immer mal vor und da habe ich auch crazy Storys so mitbekommen, aber das ist zum Glück etwas, was sehr viel Dauer und sehr viel Volumen an Belastung einfach braucht und das passiert nicht einfach so. Und wenn so ein Unterschenkel bricht, dann nur durch massive Krafteinwirkungen und nicht, weil du irgendwie kurz mal hingefallen bist. Also da ist der Körper zum Glück ja doch sehr, sehr belastbar und da wollen wir auch wieder hinbringen. Und wenn man dann einfach mal weiter überlegt, klar kann auch mal ein Kreuzbandriss passieren, natürlich kann auch mal eine Meniskusverletzung durch das Laufen passieren, aber ich denke, was dann gerade so im Akutbereich noch sehr relevant ist, sind muskuläre Verletzungen, vor allem Oberschenkel, aber auch im Bereich der Wade. Entweder so ein Hamstring Pull oder ein Quadrizeps, ja, muskulärer Riss einfach, der passieren kann, aber auch in der Wade. Und genau, das sind denkst du die Hauptfaktoren, wenn wir so über akute Verletzungsbilder sprechen. Was würdest du sagen, kommt davon am häufigsten bei LäuferInnen vor, jetzt so in deinem Alltag? Mit Sicherheit muskuläre Verletzungen. Genau, dass das doch die meiste Sache ist, vor allem, weil dann oft auch Rehverletzungen passieren. Also wenn man das bei den Hamstrings zum Beispiel anschaut, dann ist das Wiederverletzungsrisiko irgendwo so zwischen 25 und 30 Prozent, was unfassbar hoch ist. Und das hat einfach auch mit den Grund, dass das schlecht rehabilitiert wird, nach wie vor, dass zu früh wieder eingestiegen wird, in einer Situation, wo es vielleicht schon wieder schmerzfrei ist, aber eigentlich das Muskelgewebe noch gar nicht wieder so die Funktion übernehmen kann, die es bräuchte, um die Belastung vom Laufen, von Sprintbelastungen zum Beispiel auch standzuhalten zu können. Und dann kommt es halt wieder zu einem Rest und das ist dann immer schlecht. Absolut, klingt sehr schlecht. Das ist natürlich auch spannend zu hören, dass solche Sachen dann nicht so schnell, also dass sie vielleicht schon schmerzfrei sind, aber noch nicht völlig verheilt sind. Das wäre jetzt auch so eine Frage von mir an dich. Gibt es so Richtwerte, wie lange diese verschiedenen Verletzungen normalerweise brauchen, um abgeheilt zu sein? Und vielleicht auch als Frage dann hinten dran gleich, wie lange dauert es, bis man nach der Abheilung wieder Sport machen kann, pauschal? Wir fangen mal vorne an. Also wenn wir von ganz grob von Bindegewebsverletzungen, das betrifft natürlich auch das Muskelgewebe, das betrifft das Knochengewebe, das Knorpelgewebe wie den Meniskus, Sehengewebe. Wenn wir davon ausgehen, haben wir einen gewissen Bindegewebszyklus bzw. eine Wundheilungsphase, die dauert vier bis sechs Wochen. Durch diesen Prozess muss der Körper durchgehen, um dann wieder dahin zu kommen, dass strukturell wieder das erreicht wird, was vorher gefragt war. Und die Belastung quasi wieder auf diese Struktur kommen darf, damit der Sport weiter betrieben werden kann. Ganz klassisch gesagt, in Gewebe, was stoffwechselaktiver ist, also zum Beispiel Muskulatur, dauert dieser Prozess ganz gut, so diese vier bis sechs Wochen. Vielleicht auch mal einen Ticken länger, je nachdem, wie die Stoffwechselsituation so ist und auch welche Vorerfahrung mitgebracht wird, also wie der muskuläre Status quasi ist, welche mentalen Herausforderungen so auch in dieser Reha-Phase auf einen zukommen. Aber wenn man sich anschaut, gerade so im Fußball, wie lange so eine muskuläre Verletzung dauert, wir haben jetzt, ich bin selber im Turn ja sehr aktiv als Physiotherapeut, der Lukas Dauser hat sich jetzt bei der zweiten Olympia-Quali am rechten Bizeps muskulär verletzt. Das sind jetzt noch fünf Wochen bis Paris. Das ist machbar, dass er bis dahin dann, weil er eine wirklich große Medaillenhoffnung ist, natürlich auch in Deutschland. Und wenn er durchturnt, dann hat er Chancen, dort Gold zu gewinnen. Das will ich jetzt nicht praken oder so. Das darf nicht schlecht altern, diese Szene, die wir jetzt hier gerade besprechen. Aber wenn man sich das dann mal anschaut, diese vier bis sechs Wochen passen schon ganz gut. Je Stoffwechsel langsamer das Gewebe ist, also Knochen, Sehnengewebe, Knorpelgewebe, desto länger dauert dieser Prozess, beziehungsweise desto länger braucht das Bindegewebe, um neue Fasern zu produzieren und diese dann auch wieder so zu integrieren, dass die Funktionen laufen oder was auch immer man damit dann machen möchte, wieder geht. Und deswegen kommen leider bei, oder das ist halt bei muskulären Verletzungen häufig der Fall, dass so ein Intervall besteht, nachdem keine Schmerzen mehr so richtig in der Bewegung auftreten, von so zehn bis 14 Tagen ungefähr. Die es noch braucht, bevor dann wieder die volle Belastbarkeit da ist. Das muss natürlich mit verschiedenen Testverfahren dann auch einfach abgesichert werden. Also auch da gibt es kein, also da kamen wir her. Die Reha der letzten 30 Jahre war immer zeitlich basiert. Also du hast so dieses Sheet vom Doc bekommen, nach fünf Wochen darfst du wieder das, nach sechs Wochen darfst du wieder das. Nach, was steht da meistens drauf, nach sechs Monaten volle Sportfähigkeit. Okay, also gar nicht individualisiert. Genau, genau, sondern halt einfach Schublade so und nur die Diagnose steht im Grunde im Vordergrund und nicht der Mensch dahinter. Inzwischen gab es einen Wechsel, was ich richtig finde. Die moderne Rehabilitation richtet sich nach dem Menschen aus und nicht nach der Diagnose und vor allem nach Kriterien. Also was kannst du schon wieder? Und auch das ist ja irgendwie das, was du jetzt, was du jetzt gerade wissen wolltest. Also wie lang, mit wie viel Zeit muss ich rechnen nach so einer Verletzung von bis? Also wir wissen, die akute Wundheilungsphase, das ist irgendwo so zwischen vier und sechs Wochen. Das braucht es mit Sicherheit, je nach Verletzung und je nach Schwere gerade natürlich. Ich meine, wenn du dich in den Finger schneidest, dann sind es nicht vier bis sechs Wochen, bis der wieder zu ist. So, das ist ganz klar. Aber bei einer muskulären Verletzung wie einem Faserriss kann das durchaus sein, dass das vier bis sechs Wochen plus sind. Und auf diesem Weg müssen dann eben bestimmte Kriterien erfüllt werden, wie bei einer Muskelverletzung zum Beispiel, dass die volle Kontraktion über die volle Range of Motion schmerzfrei möglich ist. Vorher kann ich nicht in eine Belastung rein, wo ich eventuell aus einer verlängerten Position dann wieder Kraft entwickeln muss. Wie das beim Sprinten zum Beispiel der Fall ist oder bei schnelleren Läufen grundsätzlich. Dass der Hamstring in eine lange Position gebracht wird, wenn der Fuß nach vorne kommt und Richtung Boden geht und in dieser langen Position dann aber standhalten muss. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich die Sportfreigabe nicht geben. Und das sind Dinge, die ich dann in der Reha mit meinen Klientinnen und Klienten natürlich teste, um das Risiko für eine Wiederverletzung, einfach weil es sehr hoch ist, dann so gut es geht zu reduzieren. Was würdest du sagen, ist am hartnäckigsten von den aufgezählten Sachen, also selbst wenn es quasi im Bestfall so schnell wie möglich verheilt, wie, also ich nehme mal an, vielleicht sogar die Sehne, weil die dachte ich mir schon, Achillessehne ja auch aus und her. Das haben wir jetzt noch weggelassen, weil wir haben jetzt mal Unterschieden zwischen akuterer Verletzungen und etwas chronischere Verletzungen. Klar, wenn wir über Achillessehne sprechen, über Patellasehne, dann sind das Dinge, auch Shinsplints. Also es gehört vielleicht nicht ganz krass in den Sehenbereich, aber auch da, das ist ein Bereich vom Schienbein, wo die Ansatzbereiche der Schienbeinmuskulatur, der vorderen und hinteren Schienbeinmuskulatur in den Knochen mit einstrahlen. Nichts anderes ist dieser Bereich der Achillessehne, wo der Muskel in die Sehne übergeht. Das ist ja nicht einfach, hier ist ein Millimeter, daneben rechts ist Muskel, daneben links ist Sehne, sondern das geht ineinander über. Das gleiche auch in dem Bereich, wo es dann in den Knochen mit einstrahlt. Und das kann man auf die Patellasehne genauso übertragen. Also vor allem diese Übergangsbereiche sind doch, wenn wir über Überlastungsprobleme sprechen, dann sehr stark davon bestroffen. Und das dauert Zeit, a, weil der Stoffwechsel langsamer ist in der Sehne und b, weil häufig das Belastungsmanagement nicht stimmt. Also es wird dann doch wieder zu früh eingestiegen, wenn man merkt, ah cool, es geht wieder, dann laufe ich dann wieder 30 Kilometer. So, nee, das war zu viel. Sondern man braucht dann wirklich Geduld, man braucht sehr viel Ausdauer in so einem Reha-Prozess, damit man das auch vernünftig hinbekommt. Und damit solche Probleme dann auch effektiv reduziert werden können, beziehungsweise die Schmerzprovokation dort reduziert werden kann. Und das Gewebe wieder belastbar wird, weil es ist ganz klar, der Körper meldet einem ja schon zurück, hey, hier stimmt was nicht. Und dieser Schmerz, der auftritt, den zu respektieren und dann auch zu merken, hey, okay, das ist ein Signal von meinem Körper. So, Bro, das ist zu viel, was du gerade machst. Und du solltest da nicht noch drüber hinausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist häufig ein Problem, wenn da nicht drauf gehört wird. Alle wollen halt ballern und wollen halt dann weiterlaufen. Das ist auch völlig okay oder auch menschlich, aber dann wird es halt nicht besser werden. Ja, darauf werden wir sicherlich auch noch eingehen, wie viel Geduld man sich da vielleicht üben muss und so weiter. Mich interessiert noch, was eigentlich den Heilprozess beeinflusst. Also was für Faktoren fließen denn mit ein? Warum ist es denn individuell? Warum geht es denn nicht gleich schnell bei jedem Menschen? Ja, also ich hatte vorhin schon zwei Sachen genannt. Einmal die mentale Komponente, weil auch in so einem Reha-Prozess finden ja auch teilweise herausfordernde Situationen statt. Da können wir vielleicht einfach später nochmal intensiv drauf eingehen. Aber auch unterschiedliche muskuläre Voraussetzungen. Also wenn jetzt jemand, der einfach gut trainiert ist, gut athletisch auch trainiert ist, im Bereich Profisport einfach unterwegs ist, da weiß ich, okay, der Trainingsstatus ist so gut, dass das Gewebe das schneller recovern kann und vor allem, dass eine Kraftbasis da ist, auf die ich dann in der Reha-Phase aufbauen kann. Und wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel in einer Kreuzbandoperation auch an Kraftwerten gefragt wird, dann ist das zum Beispiel im Übergang, bevor es an die Sprünge geht, das eineinhalbfache des Körpergewichts in der Kniebeuge für eine Wiederholung. Und wenn man dann mal anschaut, welche Leute das überhaupt leisten können, gerade so im Läuferinnen- und Läuferbereich, sind das doch erschreckend wenige, gerade im Hobbybereich. Und wenn man dann sagt, hey, okay, es ist jetzt vielleicht keine Kreuzbandverletzung, aber der Unterkörper ist einfach grundsätzlich zu schwach für das, was du eigentlich machen möchtest, dann ist das natürlich etwas, was, wenn du zu schwach bist grundsätzlich, dass den Reha-Prozess dann verlängern kann. Weil du gewisse Dinge dann einfach in der Zeit aufbauen musst, die eigentlich wichtig sind, vor allem, um dann eine Wiederverletzung oder das Risiko für eine Wiederverletzung zu reduzieren. Also die zwei Faktoren sind sehr relevant. Und dann ist natürlich auch der Stoffwechsel bei uns beiden unterschiedlich. Bei dir wird es vielleicht schneller gehen, bei mir geht es vielleicht langsamer, vielleicht ist es andersrum, vielleicht sind wir gleich schnell, wissen wir nicht. Und das muss man eben dann im Verlauf schauen. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, hey, nach zwei Wochen darfst du dir was, nach drei Wochen darfst du das, nach vier Wochen darfst du das. Weil das kann sich halt verschieben. Also das können mal ein paar Tage Unterschied sein, das können aber auch mal durchaus Wochen Unterschied sein. Und darauf muss man hören. Deswegen gibt es diese Kriterien, damit man dann abhaken kann und sagen kann, okay, cool, das kannst du schon wieder, wir gehen in der Phase weiter. So, also ich denke, die drei Dinge sind dort unglaublich relevant. Und etwas Viertes noch, was einfach dazugehört, ist dann die Disziplin, die du mitbringst. Bist du bereit, in dieser Reha-Phase wirklich alles zu geben? Verstehe. Oder sagst du so, ja, also ich habe jetzt, also mit meinen Kunden arbeite ich viel so mit Check-In, Check-In-Terminen und Reassessments, so einmal im Monat. Und wenn ich dann einen Monat später dich wiedersehe und du mir sagst, nö, also trainiert so zwei, dreimal habe ich in vier Wochen. Super. Dann ist es einfach zu wenig so. Weil dann wächst das Gewebe irgendwie zusammen und dann wird die Funktion eben nicht so optimiert bzw. ist nicht so optimal dann abrufbar, wie wenn du das im Reha-Prozess einfach sehr strukturiert und sehr zielorientiert dann auch hinbekommst, dass das Gewebe wieder so zusammenwächst, wie du das haben willst, um dann wieder laufen zu können. Ja, ergibt total Sinn. Du meintest ja, dass man im Endeffekt, je fitter man ist, desto schneller vermutlich der Heilprozess ist. Heißt das, dass dann besonders AnfängerInnen wahrscheinlich länger unter den verschiedenen Verletzungen leiden oder kann man das auch nicht so pauschal sagen? Also, ich glaube, der Stoffwechsel ist der allererste Faktor. Deswegen, ich glaube, das müssen wir als allererstes betrachten. Der muskuläre Status, den du mitbringst, ist aber auch etwas, weil wenn du merkst, hey, ich habe eigentlich Probleme, wenn ich jetzt zum Beispiel richtig verletzt war bei einer muskulären Verletzung und ich muss jetzt entlasten erstmal, habe Stützen, mit denen ich mich fortbewegen muss und ich bin körperlich einfach im Arsch danach. Das ist eine Anstrengung für mich, mich dort mit den Stützen gegen die Schwerkraft zu bewegen. Dann wirst du im Training einfach auch nicht so viel Leistung, also im Reha-Training, nicht so viel Leistung bringen können und Reha ist Training. Okay, auch schon mal ein Fazit an der Stelle. Absolut, absolut. Reha ist Training auf einem anderen Niveau natürlich, weil Schmerzen mit dazukommen, weil Bewegungseinschränkungen mit dazukommen können, weil bestimmte Limitationen nach einer Mindestgussoperation zum Beispiel, wenn der genäht wurde, dann kann ich in einem gewissen Zeitraum nicht über die volle Range belasten, damit dieses Gewebe zusammenwächst. Das ist wichtig. Und das muss natürlich dann in diesen Prozess mit integriert werden, aber es ist von Tag 1 an Training und das musst du leisten. Das kann niemand für dich übernehmen. Wann würdest du sagen, beginnt dieser Reha-Prozess aber so richtig? Also wahrscheinlich gibt es ja trotzdem eine Phase, in der erstmal stillgehalten werden muss. Kann man das irgendwie so pauschal auch nochmal sagen, ab wann quasi dieses Reha-Training normalerweise einsetzt? Scheinbar ja schon noch, während die Verletzung besteht und nicht erst danach, wenn schon alles falsch sozusagen zusammengewachsen ist. Ja, absolut, absolut. Also die erste Phase der Wundheilung, die Entzündungsphase, damit startet alles. Wir sagen immer Entzündung ist was Schlechtes. Nee, damit startet der Wundheilungsprozess. Und wenn ein Gewebe chronisch entzündet ist, dann nur, weil immer wieder so ein Reset-Knopf gedrückt wird, weil dann doch wieder eine mechanische Belastung oben drauf kommt, weil das Gewebe doch nicht richtig abheilen konnte und die Entzündungsphase immer vom Neuen beginnt, weil damit beginnt halt die Wundheilung. Und wenn wir das unterdrücken durch Schmerzmedikamente, Ibuprofen etc., dann strecken wir diesen ganzen Prozess in die Länge. Aber diese Entzündungsphase dauert irgendwo zwischen drei und sieben Tagen, dieser initiale Prozess, und den würde ich auch abwarten. Also noch niemand ist davon irgendwie jetzt länger in der Reha-Phase geblieben, weil er die erste Woche mal ein bisschen gechillt hat. Und wenn du dir vorstellst, du hast wirklich eine schwerwiegende muskuläre Verletzung, dann bist du auch ganz froh, wenn du mal eine Woche Pause machen kannst. Aber ab dann geht's los. Und vor allem diese ersten drei, vier Wochen sind sehr entscheidend, weil wir sehen, dass nach der Entzündungsphase der Körper dann in eine Proliferationsphase geht. Proliferationsphase bedeutet Aufbau, das ist eine anabole Phase, in der neue Fasern gebildet werden. Das Bindegewebe, die Bindegewebszellen können das, können neue Fasern produzieren. Und diese Fasern müssen ja irgendeinen Input bekommen, wie die im Gewebe angeordnet werden sollen. Und das geht nur durch mechanische Belastung. Also wenn du dann drei, vier, fünf, sechs Wochen einfach nur auf der Haut liegst, auf der Frauenhaut, das sehen jetzt die Leute, die im Video sind, dann entsteht so ein Knäuel. Aber wenn wir das in dem Prozess optimieren und dem Körper zeigen, hey, das ist die Faserrichtung, so muss das zusammenwachsen, dann kommt es so zusammen. Gleitet es perfekt ineinander. Genau. Und dann haben wir wieder auch die Information darüber, wie belastbar das Gewebe dann auch aufgebaut werden muss, haben wir im Gewebe direkt gespeichert. Und der Körper kann dann anfangen, im weiteren Verlauf diese Fasern fester werden zu lassen, standhafter und robuster werden zu lassen. Es fängt immer mit so Typ 3 Kollagen an. Es ist einfach einfacher aufzubauen, es ist nicht so komplex aufgebaut von der Molekülstruktur. Und das wird dann im Verlauf, in der Phase 3 und Phase 4 der Wundheilung, wird das dann in Kollagentyp 1 umgebaut. Also das Feste, das, was überall den ganzen Körper ausmacht. Wie ist das bei Brüchen? Funktioniert das da genauso? Ja, genau. Also auch die Osteoblasten, also das sind die Bindegrebszellen im Knochen, die, ja, also je nachdem, wie der Bruch zueinander steht. Manchmal kann man das ja einfach stehen lassen, wenn die Bruchhälften einfach gut zueinander passen. Dann bildet sich quasi so ein Kallus, nennt sich das, also so eine etwas dickere Kollagenhülle, sag ich mal, drumherum. Und dann wird mit den Osteoblasten quasi wieder neue Knochenstruktur aufgebaut. Auch das dauert so ungefähr vier bis sechs Wochen. An manchen Stellen aber ein Ticken länger. Im Handgelenk zum Beispiel, dann gibt es teilweise Bruchstellen, die brauchen einfach ein bisschen länger. Aber wir reden ja vom Unterkörper jetzt. Und dementsprechend dort in der Regel so sechs Wochen, ja, bis das durchbaut ist. Und dann ist es fest, so. Und dann muss es im Grunde nur noch wieder belastbar werden. Und auch dafür brauchen wir mechanische Reize. Also lässt sich genauso auf den Knochen übertragen. Okay. Du meinst ja jetzt, dass die Reha dann teilweise so etwa ab einer Woche im Endeffekt so richtig beginnt. Ja. Wie ist das, wenn man dann zum Beispiel noch so Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Schiene oder jetzt auch ein Gips vielleicht trägt? Heißt das, man ist da trotzdem erstmal raus? Oder bedeutet das nicht automatisch, dass man deswegen noch nicht in die Reha einsteigt? Also wir haben ja bisher wirklich nur über die betroffene Region gesprochen. Ja, stimmt. Dass da der Reha-Prozess ab der ersten Woche beginnt. Ja. Was den restlichen Körper angeht, ganz ehrlich, 100 Prozent. Klar, kannst du trainieren, weiterhin. Auf jeden Fall. Es muss nur so aufgebaut sein, dass natürlich die verletzte Region die Entlastung bekommt, die es benötigt. Beziehungsweise gerade bei einer schweren Verletzung, wenn jetzt von außen eine Schiene mit dazukommt, wie bei einem Kreuzbandriss oder bei einer Meniskusverletzung, wo du dann über einen bestimmten Zeitraum die Beweglichkeit einschränken musst, dass es einfach gut zusammenwachsen kann. Dann muss man natürlich auch das beachten beim Training. Aber die Gegenseite zum Beispiel kann wunderbar arbeiten. Also auch eine Beinpresse einbeinig zu machen, geht wunderbar. Auf dem Handergometer zu arbeiten für den Kreislauf geht wunderbar. Es gibt dieses Assault-Bike, kennst du das? Dieses Air-Bike, wo du ja im Grunde mit dem Oberkörper gut arbeiten kannst und währenddessen die Füße unten auf die Ablagen quasi stellst, dass der Unterkörper erstmal nichts tut, du aber im Oberkörper trotzdem arbeiten kannst. Und was ich sehr, sehr gerne mache, auch auf dem Ruderalkometer zum Beispiel ist das gut möglich. Du stellst dir ein zweites daneben oder so ein kleines Skateboard, auf den du dann das Bein mit der Schiene drauf packst und dann rollt das quasi am Boden mit. Das ist lustig. Und du kannst trotzdem mit der anderen Seite gut arbeiten. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Man braucht ein bisschen Kreativität. Und das merke ich auch in meinem Job natürlich. Ab dieser ersten Woche muss man Lösungen finden, wie sind die Inhalte für die Leute vor Ort etablierbar. Weil nicht jeder hat unbedingt ein Gym verfügbar oder halt ein Gym, was unfassbar gut ausgestattet ist. Das ist aber irgendwo Voraussetzung. Und vielleicht kannst du denn Inhalte in einer Crossfitbox oder so etablieren oder bei dir zu Hause für die ersten Wochen. Aber irgendwann muss man einfach Lösungen finden. Hey, wie kommen wir an die externe Last auch einfach ran, um wieder einen mechanischen Reiz zu erzeugen, der dafür sorgt, dass der Körper weiter adaptiert, dass er weiter stärker wird, dass er weiter belastbar wird. Und gerade im Unterkörper kommt man dann auch relativ schnell an seine Grenzen. Man kann irgendwann dann switchen zu einbeinigen Ausführungen von der Kniebeuge zum Beispiel. Aber auch da bist du dann irgendwann limitiert, vor allem weil es koordinativ unfassbar anspruchsvoll ist. Total. Und wenn du dir vorstellst, hey, ich nehme einfach den langen Handtel mit auf den Nacken, dann ist es doch relativ leicht, dann das Ganze zu belasten. Oder eben an Maschinen das darüber dann aufzubauen, dass die Last einfach ankommt und der Körper dann über die mechanische Last anfängt zu adaptieren. Was würdest du sagen, kommt häufiger vor, dass die Leute zu wenig machen oder zu viel? Weil, to be honest, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die meisten dann zum Beispiel mit einem Skateboard, also die extra Meil gehen, jetzt sage ich mal, mit einem Skateboard irgendwie nebenan, sich vorwärts zu schieben sozusagen. Was sind da so deine Erfahrungen? Leider viel zu wenig. Okay. Leider viel zu wenig. Also wenn man sich die klassische Physio im Jahr 2024 anschaut, dann ist es leider zu wenig, zu wenig Training. Es wird immer noch versucht, viel über eine manuelle Therapie, über passive Techniken zu heilen. Aber Physiotherapie nach meinem Verständnis ist nicht heilen, sondern ist genauso ein Beratungsberuf oder Beratungsbereich, wie wenn du zum Steuerberater gehst oder zu jemand anderes, wo du wirklich die Expertise dann anfragst, weil du selber nicht weiterkommst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich kann nicht übernehmen, dass du trainierst. Aber ich kann dir zeigen, was du machst und wie du das machst. Und damit begleite ich meine Klientinnen und Klienten auf diesem Weg und gebe vor, hey, jetzt ist diese Phase dran, jetzt ist diese Phase dran. Das sind die Schritte, die wir in den letzten Wochen erreicht haben. Cool, Kriterien können wir abhaken und dann geht es weiter. Aber nur von, ich knete ein bisschen rum oder ich mache ein bisschen Teraband-Übungen, wird das Gewebe irgendwann nicht mehr belastbarer. Und wenn ich dann merke, okay, cool, ich bin nach sechs Wochen schmerzfrei, ich habe ja ein bisschen Physio gemacht, in Anführungszeichen. Und bin aber in der Zeit, was die Belastbarkeit angeht, die strukturelle Belastbarkeit des Gewebes, eigentlich schwächer geworden. Das ist ja dieser Teufelskreis. Toll. Und dann denke ich mir so, ja, cool, okay, ich bin ja fertig mit der Reha, habe meine 18 Sessions, 20 Minuten in der Physiopraxis fertig gemacht, wenn man mal 18 bekommt. Und dann gehe ich wieder laufen und dann passiert es wieder. Und dann frage ich mich so, hä, was ist denn? Du hast doch alles gemacht. Genau, ich habe doch eigentlich alles gemacht. Nein, hast du nicht. Es braucht einfach Training und es braucht Struktur, damit das Gewebe wieder so ready ist für das, was du alles machen möchtest. Also wäre ja eigentlich, das ist schon so der erste Fehler, einer der häufigsten Fehler, die dann beim Wiedereinstieg auch in den Sport passieren. Was wären noch so weitere Sachen, die dir da auffallen? Was machen die Leute noch falsch? Ja. Vor oder bei dem Wiedereinstieg? Ja, also zu viel, definitiv. Also nicht nur, wenn es vor einer Verletzung, sage ich mal, um das Belastungsmanagement geht, zu sagen, hey, ich gehe jetzt neu in den Sportart rein. Ich kenne das selber von mir. Ich kam nach Berlin und ich fand CrossFit cool. Ja, das ist auch cool. Es ist mega. So, dann habe ich das erste Drop-In gemacht, die erste Probe-Class, sage ich mal, mitgemacht. Und weil ich athletisch ganz gut am Start war, so aus meinem Leichtathletik-Background, habe ich einfach mal angefangen, das einfach mitzumachen, was die anderen halt auch mitgemacht haben. So, ohne hinterfragen, so bin ich dafür eigentlich ready. Ich hatte zwei Wochen Muskelkater nach dieser Klasse und wirklich Pain-Distose und dachte so, was ist das? Ich will mehr davon. So, und dann habe ich angefangen, acht bis zehn Classes in einer Woche zu machen. Also teilweise zwei am Tag. So, und dafür war der Körper einfach überhaupt nicht vorbereitet. Und ich habe das vier, vielleicht sechs Wochen gemacht oder so. Und dann merkte ich so, die Ellbogen tun weh, Kniegelenke tun weh. Und dann dachte ich so, okay, warte mal, du machst gerade selber genau das, was du immer predigst, was man nicht machen soll. Also viel zu schnell in was einzusteigen, wo der Körper eigentlich ein bisschen auch Zeit braucht, um zu adaptieren und sich daran zu gewöhnen. Also Hauptfehler Nummer eins, zu früh, zu viel, zu schnell. Und dann in der Reha-Phase das Training außer Acht zu lassen. Jetzt haben wir ganz eingangs besprochen, klar, du gehst viel laufen, aber du machst auch Krafttraining nebenbei. Ja, unfassbar wichtig, damit dein Körper auch einfach genügend Kraft hat, genügend Volumen einfach auch standhalten kann, genügend Belastungen standhalten kann, die du halt beim Laufen hast. Weil eine Marathon zu laufen geht nicht einfach so. Und es ist nicht einfach nur Laufen, was ich dafür im Training dann integrieren sollte, sondern das ist auch eine gewisse Kraftbasis. Kraft ist die Mutter aller Dinge, die ich einfach brauche, um eine athletische Bewegung ausführen zu können. Und deswegen Fehler Nummer zwei, zu wenig Fokus auf das Krafttraining, wo ich einfach auch in dem Kreis, in dem ich wirken kann, probiere, so vielen Leuten das einfach mitzugeben. Und mein Papa, also ein Beispiel aus der Familie, der jetzt letztes Jahr Silvester dann Skifahren war, kam im Oktober zu mir und meinte so, ey, ich glaube, ich muss mich darauf vorbereiten. Was soll ich tun? So, dann meinte ich so, ey. Richtig gut. Richtig gut, weil er erkannt hat, okay, mein Körper ist eigentlich nicht so belastbar oder nicht mehr und wenn ich jetzt Skifahren gehe, könnte was passieren. Wie kann ich präventiv arbeiten, damit das nicht passiert? Und dann haben wir ein Trainingsprogramm für ihn aufgebaut und es hat hervorragend funktioniert. Und dann erzählt er mir nach sechs Wochen, also so auf der Hälfte, sage ich mal, der Strecke so, ey, ich kann wieder im Alltag auch alle Treppen gehen, ohne dass mein Knie wehtut. Ja, schön. Und dann dachte ich so, ey, das ist doch die Motivation, das weiterzumachen. Hat hervorragend funktioniert und Skifahren hat geklappt, wunderbar. Der hatte richtig Spaß, konnte alles machen, was er wollte, im Rahmen der Möglichkeiten. Also der wird jetzt nicht irgendwie Slopestyle fahren und so. Aber im Rahmen der Möglichkeiten hervorragend funktioniert und er hatte viel Spaß und halt einfach ohne Beschwerden wiedergekommen. So, darum geht es doch. Total. Weißt du, dass du Spaß haben kannst und einfach Spaß an Bewegung hast. Ja, zum Glück hat es geklappt. Ja. Okay, also zu viel, zu wenig sind Fehler. Was noch? Also nimmst du das so wahr, dass vielleicht auch manche Leute sich alleine irgendwie Freestyle ihre Reha zusammenpicken? Passiert das auch manchmal? Ja, wichtig ist da so die Zusammenarbeit auch vielleicht mit PhysiotherapeutInnen oder auch SportärztInnen, weil man einen guten hat. Ja, also ich glaube, viel geht alleine. Okay. So, ich zitiere da ganz gerne immer so eine Story von einem ehemaligen Dozenten von mir und zwar Bambi, das Reh. Ja. Bambi geht durch den Wald, so. Dann ist da eine Wurzel und Bambi knickt um. Ja, Sprunggelenk. So, haben wir eingangs drüber gesprochen. Und wenn man sich jetzt Bambi anschaut, dann wird Bambi nicht sechs Wochen im Bett liegen. Mit einer Schiene oder Bandage und jetzt hier Terrabant-Übungen machen, sondern was macht ein Tier in der Natur? Das guckt, stolpft vielleicht die ersten paar Schritte. So, ja, belastet den Fuß. Ja, okay. Ah, geht doch. Ich kann belasten. Und dann läuft es weiter. Mhm. Und dann wird der Mensch ja auch aufgebaut. Also diese Wundheilungsphase, die läuft ab. Die läuft ab Punkt der Verletzung. Startet die direkt. Der Körper wartet nicht ab. Bist du beim Physio oder bist du beim Arzt? Und dann sagt der, okay, cool. Jetzt starten wir mit der Wundheilung, sondern das passiert sofort. Und das funktioniert ja auch in der Regel sehr, sehr gut. Also wäre ja blöd, wenn irgendwie ein Muskel reißt durch die sportliche Belastung. und der würde nicht zusammenwachsen. Klar, ja. Sondern es braucht jemanden von außen, dass das funktioniert. Ja. In schwerwiegenden Verletzungen, klar, bei einem Kreuzbandriss, ist man ja immer noch dabei, das dann zu ersetzen, das Kreuzband. Aber auch das kann der Körper kompensieren. Also auch ein Kreuzbandriss muss nicht unbedingt operiert werden. Deswegen, ich bin so ein bisschen davon abgekommen zu sagen, so jede Sportverletzung braucht unbedingt physiotherapeutische oder eine ärztliche Unterstützung. Aber wenn ich im Prozess nicht weiterkomme, dann ist es doch smart, wenn ich zu jemandem hingehe, der sich wirklich gut damit auskennt. Ähnlich wie mit einer Steuererklärung. So, wenn ich in einem normalen Angestelltenverhältnis mich befinde, dann geht es sehr schnell über Taxfix zum Beispiel, über ein Elster-Formular. Und da brauche ich nicht unbedingt einen Steuerberater. Aber wenn das Ganze komplexer wird und ich irgendwie dann doch irgendwie merke, so sicher bin ich mir jetzt doch nicht, wie der ganze Ablauf hier funktioniert, dann ist es doch smart, ich suche mal jemanden, der mich auf dem Weg unterstützen kann, der mir dabei helfen kann, der mir sagt, hey, du machst gerade zu viel oder ich glaube, wir können ein bisschen pushen und mich in diesen Phasen dann auch betreut und mir alle Fragen auch beantworten kann, die sich in diesem Prozess stellen. Also ich glaube, so sollte man gewichten. Braucht man unbedingt physiotherapeutische Beratung oder ärztliche Beratung oder nicht. Klar, wenn es eine schwerwiegende Verletzung ist, so ja, dann ab zum Dog. Ja. Klar, checken lassen. Verstehe. Ja. Ich meine, ich finde den Steuervergleich ganz gut. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich das mal in einem Sportpodcast sage, aber es ist tatsächlich einleuchtend an der Stelle. Okay, wie machen wir es denn dann richtig quasi? Wie können wir unseren Wiedereinstieg effektiv und gesund gestalten? Was sind so vielleicht die ersten Schritte? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, es gibt eine kurze Heilphase eigentlich, in der wir auch nichts machen können oder sollten vielleicht sogar. Wie steigt man dann wieder smart ein? Ja, ja. Also wichtig ist einfach, dass man das Belastungsmanagement beachtet. Also es gibt diesen Begriff Acute Chronic Workload Ratio, was die aktuelle oder das Gesamtvolumen der aktuellen Trainingswoche ins Verhältnis setzt mit dem Gesamtvolumen der letzten sechs. Und wenn das im Ungleichgewicht ist, dann kommt man in einen Bereich rein, in dem das Risiko für eine Wiederverletzung im Verlauf einer Reha einfach ansteigt. Man probiert also in einem grünen Bereich zu bleiben, wo du also linear steigern kannst, und das ist sehr, sehr leicht über eine Volumenprogression im Grunde zu machen, dass du also mit einem gut strukturierten Krafttraining bei einer Unterkörperverletzung dann einsteigst, ab Woche zwei, sage ich mal, dafür sorgst, dass du diesen Aufbautprozess, diesen Anabolenprozess, der dann einfach im Gang ist, unterstützt deinem Körper, mechanische Reize gibst, damit er weiß, hey, so und so muss ich die Fasern strukturieren, da brauche ich ein bisschen mehr Flexibilität im Gewebe, da brauche ich ein bisschen mehr Stabilität im Gewebe. Auch das ist ja nicht einfach ein Millimeter nach der Verletzung hört dieser Wundheilungsprozess auf, der ist dann im gesamten Bereich, im gesamten Gebiet. Und dementsprechend also ein solides Krafttraining, was dann zum Beispiel über den Physiotherapeuten mit gesteuert werden kann. Und das kann dann im weiteren Verlauf über das Volumen gesteigert werden. Heißt, wenn ich zum Beispiel mit drei Arbeitssätzen angefangen habe, kommt dann ein vierter Arbeitssatz obendrauf oder ein fünfter. Und darüber gewährleiste ich, dass die Intensität in einem Bereich bleibt, wo ich weiß, hey, der Körper kann das. Und wir packen einfach ein bisschen Volumen obendrauf. Also wir fordern den Körper, länger dieser Belastung standzuhalten. Damit fährt man in der Regel sehr, sehr gut. Auch das darf natürlich jetzt nicht von drei auf zehn Sätze sprengen. Klar. Weil dann ist es auch wieder eine Überlastung in diesem Reha-Prozess. Aber über eine Volumenprogression, über die Anzahl der Sätze kann man sehr, sehr gut steigern. Wenn es dann bei Sprungbelastungen beziehungsweise hin zum Laufen geht, fährt man immer ganz gut, nicht über zehn Prozent Laufvolumen pro Woche zu steigern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder eine Viertelstunde, oder rechnen wir mal mit einer halben Stunde. Ich kann wieder eine halbe Stunde schmerzfrei laufen, komme aber eigentlich von einer Marathonbelastung. Aber nach einer halben Stunde merke ich so, ich merke doch wieder so ein bisschen was. Und so ein bisschen reagiert der Körper doch wieder. Dann probiere ich in der nächsten Woche 33 Minuten. Und in der Woche 36,5. Vielleicht dann 37. Also wir müssen uns ja auch nicht päpstiger machen als der Arzt. Aber zehn Prozent Steigerung pro Woche. Und sich darüber dann nach und nach hochzuarbeiten, gewährleistet, dass du eben nicht in diesen roten Bereich dieses Verhältnisses kommst, zwischen akuter Belastung und chronischer Belastung der letzten Wochen, sondern dass du im grünen Bereich bleibst. Und dem Körper auch die nötige Zeit gibst für die Adaptation. Und genügend Zeit gibst für diesen Prozess, wo Fasern wieder stabil werden, wo Fasern wieder die Funktion übernehmen können, für die sie gedacht sind. Und du dann gewährleistest, okay, cool, wir können jetzt nach und nach wieder auch mal an sportliche Ziele denken. Weil der Körper ist wieder bereit, dem Stand zu halten. Ist es dann die ganze Zeit wichtig, dass man komplett schmerzfrei bleibt? Oder bedeutet ein Zwicken sozusagen immer, dass ich zu viel gemacht habe? Wie funktioniert das Schmerzmanagement vielleicht auch an der Stelle? Weil ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht verunsichert ist. Wenn man jetzt erst mal sofort, also entweder gar nichts spürt oder man spürt Schmerzen, heißt das, ich habe sofort zu viel gemacht, muss ich wieder zurückrudern? Oder darf ich genau gleich weitermachen, aber nicht steigern zum Beispiel? Ja, Schmerz ist in der Reha-Phase eine große Verunsicherung. Grundsätzlich bei vielen Leuten eine große Verunsicherung, die dann auch eine Bewegungsangst mit erzeugen kann. Also ich hatte zum Beispiel dann eine Verletzung im Bereich des Sprunggelenks, also ich bin umgeknickt. Und wenn ich wieder in diese Belastung reingehe, merke ich so, ah, der Schmerz könnte ja wiederkommen. Ich antizipiere das schon so ein bisschen so, ah, wenn ich jetzt zu viel mache, dann passiert es wieder. Und da ist natürlich Schmerz ein großer Trigger für Leute. Deswegen ist es ein sehr wichtiger Bestandteil auch meiner Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass wir über die richtige Dosis beziehungsweise auch den Umgang mit Schmerzen im Training sprechen. Und in gewissen Reha-Prozessen ist es auch notwendig. Also wenn ich zum Beispiel an eine Sehnenreha denke, ja, dann ist eine gewisse Reizschwelle, sage ich mal, oder eine gewisse Reizauslösung notwendig, um diese Typ-1-Kollagenfasern dahin zu bringen, dass sie überhaupt mechanisch belastet werden. Also ein gewisser Schmerzreiz im Training ist wichtig, vielleicht auch unumgänglich in so einer Reha-Phase. Wenn wir jetzt über muskuläre Verletzungen sprechen, über einen Knochenbruch, über eine Kreuzweinverletzung, dann ist Schmerz eher etwas was, also bei diesen sehr akuten Verletzungen, also wir kommen jetzt von chronisch zu akuten Verletzungen, dann ist Schmerz etwas, was ich weniger toleriere in so einer Reha-Phase. Was häufig auftreten kann, ist so eine Art Muskelkater-Gefühl. Und ich nenne es ganz liebevoll so Gewebekater. Weil auch das Bindegewebe natürlich eine Schmerzreaktion auslösen kann, die nicht unbedingt muskulär bedingt sein muss. Und das ist so ein bisschen diffuser, so ein bisschen schwerer einzuschätzen, weil die Leute das meistens nicht kennen. Weil gerade wenn, also eine Sportverletzung, tritt da jeden Tag auf, so. Aber Muskelkater kennen wir vielleicht alle. Und es ist genau das Gleiche, so. Also das Gewebe wurde mechanisch gereizt, reagiert mit einer Reaktion und wird dann auch wieder in den kommenden Tagen runterreguliert. Und darauf kann man vertrauen. Und wenn das zueinander passt, also dass ich einen Trainingsreiz setze und 24 Stunden später dann diese Reizung, die stattgefunden hat, wieder runterreguliert wurde, dann ist alles unumgänglich. Wenn das bleibt, dann muss man gucken, hey, passt das Volumen oder müssen wir ein bisschen was anpassen. Und darum geht es nachher. Das ist Reha, das ist strukturierte Reha. Das ist auch teilweise sehr stumpfes Training, wenn man das mal so sagen darf, weil es da auch viel natürlich das Gleiche ist. Wir haben über Volumenprogression gesprochen. Du machst dann halt Woche 1 drei Sätze Kniebeuge, Woche 2 vier Sätze Kniebeuge, Woche 3 fünf Sätze Kniebeuge. Es ist jetzt vielleicht nicht, ich gehe wieder draußen laufen, aber es ist notwendig, um diese strukturelle Belastbarkeit wieder zu erreichen, die einfach notwendig ist, um dann wieder laufen gehen zu können. Wie sieht es aus mit dem Umgang mit Schmerzmitteln? Haben die Platz in der Reha oder lenken die im Endeffekt ja auch davon ab, so auf die Signale des eigenen Körpers zu hören? Manchmal ja, in der Phase, wo ich in so einem Schmerzkreislauf gefangen bin. Auch gerade mit den Tonern machen wir das hin und wieder mal. Und ich muss direkt mit dazu sagen, so etwas dann auch mit anzuwenden und umzusetzen, das muss ärztlich abgeklärt sein. Also wenn ich über einen kurzen Zeitraum von fünf bis sieben Tagen hochdosiert zum Beispiel Ibuprofen nehme, dann muss das mit einer Zusammenarbeit mit einer Ärztin oder einem Arzt ablaufen und das sollte man nicht alleine probieren. So, das schon mal vorweg. Aber das kann natürlich helfen, um in so einer chronischen Schmerzphase dann auch mal aus diesem, ich traue mich eigentlich nicht da reinzugehen und ich glaube, da passiert doch wieder was, ich glaube, der Schmerz kommt doch wieder, da mal aus diesem Kreislauf rauszukommen. Das kann helfen. Aber das ist nichts, was ich in der akuten Reha oder in der ersten Phasen der Reha empfehlen würde. Nein, sondern ich müsste eigentlich so früh wie möglich von diesen Schmerzmitteln runter, damit ich, wie du richtig gesagt hast, das Schmerzmittel verändert ja auch die Schmerzwahrnehmung. Und der Schmerz ist halt mein Freund in der Reha. Stimmt. So, das haben wir gerade besprochen. Ich muss eben auf diese Schmerzreaktion hören und wenn ich merke, okay, es kommt gerade eine Schmerzreaktion durch die Bewegung, die ich gerade ausführe, ja, dann müssen wir uns überlegen, okay, wie können wir diese Bewegung verändern oder dann müssen wir das anpassen. Deswegen ein Schmerzmittel in der akuten Reha-Phase so früh wie möglich ausschleichen. Auch das immer in Zusammenarbeit mit der ärztlichen Unterstützung dort. Aber je früher man das schafft, desto besser. Okay, das ergibt Sinn. Ja, dann lass uns auch gerne mal ein bisschen so Übungen angucken, die hilfreich sind dann in der Reha. Also vielleicht, du hast ja zu den Kniebeugen gesprochen, dass die zum Beispiel wichtig sein können bei bestimmten Verletzungen. Lass uns da gerne mal ein bisschen mehr reingehen. Und auch erstmal vorab die Frage, spielt Cardio eigentlich irgendeine Rolle in der Reha oder sind es dann eigentlich immer so klassische Kraftübungen? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Doch, definitiv. Also auch natürlich das Herz-Kreislauf-System zu trainieren und wieder dahin zu bringen, wo ich herkomme, ist unfassbar notwendig. Plus, die Grundlagenausdauer hilft mir ja auch, mich zwischen zwei Reha-Einheiten dann schneller zu recoveren. Also ich kann dann vielleicht statt nur zwei Sessions pro Woche, weil ich einfach so viel Zeit brauche, um mich zu erholen von der Einheit, kann ich dann vielleicht drei machen oder vier. Und auch in der Einheit selbst kann ich einfach mehr Volumen tolerieren, wenn meine Ausdauer besser ist. Also das ist ein sehr relevanter Faktor und den plane ich natürlich auch in der Reha-Phase mit ein, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn wir über konkrete Übungen sprechen, also ich glaube, wenn wir mal die Struktur im Unterkörper aufbauen, dann ist das eine Squat-Bewegung, also eine Kniebeuge. Also das Becken bewegt sich im Raum nach unten und oben. Dann haben wir eine Hinge-Bewegung, also eine Hüftbeuge. Es gibt keinen so richtig geilen deutschen Begriff dafür, aber ein Hip-Hinge. Beschreibt die Bewegung des Beckens im Raum nach hinten und vorne. Das ist ein grundlegendes anderes Bewegungsmuster, als das der Squat ist. Und dann haben wir eine Split-Variante, also ein Split-Squat mit dem Bein auch mal erhöht, aber auch eine Kniebeuge in einem Ausfallschritt. Ist etwas, was ich dann im Reha-Prozess, also die drei Teilbewegungen im Reha-Prozess dann etablieren muss. Abhängig natürlich von der Verletzung, also wenn es sich mehr um das Kniegelenk handelt, mehr kniedominant, wenn es sich mehr um das Hüftgelenk handelt, mehr hüftdominant. Um dort einfach die Trainingsreize aufzuakkumulieren über die Wochen der Rehabilitation, dass das Gewebe einfach die Reize bekommt und im Training so adressiert wird, um wieder zu adaptieren. Und darüber hinaus sollte man natürlich gucken, welche isolierteren Bewegungen brauche ich noch mit dazu. Vielleicht einen Fuß heben oder einen Kniebeuger, Kniestrecker, Adduktornmaschine, Abduktornmaschine. Aber es wird nicht die eine Übung geben, die dir hilft oder das eine Trainingsprogramm. Das wird leider auch über die sozialen Medien immer so verschrien. Die drei Übungen bei Knieschmerzen, die drei Übungen bei Rückenschmerzen. Und da vielleicht auch direkt mal der Tipp, je fancier sowas klingt oder je fancier so ein Programm aufgebaut ist, desto weniger sollte man danach wahrscheinlich trainieren. Sondern gute Reha, sehr gute Reha ist stumpf, ist einfach und folgt einer konkreten Struktur. Dass du weißt, bei mir ist zum Beispiel die Kniestreckung in der Kniebeuge, überhalb von 90 Grad in der Kniebeuge ist cool, aber unterhalb habe ich noch Probleme. Wird daran konkret gearbeitet? Ja. Gut. Nein. Dann ist das Programm nicht richtig. Oder adressiert nicht die richtigen Stellen, die richtigen Kriterien, die ich eigentlich bräuchte oder die ich eigentlich abhacken möchte, bevor es dann weitergeht. Also das ist viel wichtiger als eine konkrete Übung. Und das ist auch so ein Problem, was ich in dieser ganzen Physio-Bubble irgendwie sehe. Jeder probiert irgendwie sein System als das Beste, im großen Anführungszeichen, zu vermarkten oder zu verkaufen. Du musst danach trainieren. Und das ist alles keine Raketenwissenschaft. Es gibt Leute, die arbeiten wirklich daran, an Raketen, daran, dass wir zum Mars fliegen. Und wir in Deutschland unterhalten uns darüber, ob wir bei einer Kniebeuge die Knie über die Zehenspitzen schieben dürfen. Da denke ich mir so, okay, wo sind wir hier eigentlich? Also ich glaube, man muss das nicht zu komplex machen. Also wir kochen alle mit Wasser und es geht nachher darum, wer ist vor mir, was bringt der für Voraussetzungen mit und was ist wirklich Sache, woran muss ich arbeiten? Und so baue ich den Plan auf. Und dann kann es sein, dass eine Kniebeuge daran Bestandteil ist. Es kann auch sein, für jemanden, der vorher keine Erfahrung hat mit freien Gewichten, dass eine Maschine viel besser ist. Weil er in der Maschine dann die Möglichkeit hat, erstmal nur eine Bewegungsrichtung, sich auf eine Bewegungsrichtung zu konzentrieren und nicht dreidimensional diese Bewegung im Raum ablaufen zu lassen. Ja, ich meine Bodyweight-Übungen sind ja total komplex, die werden immer so ein bisschen runtergespielt. Aber wie du sagst, vielleicht ist die Maschine am Ende dann doch tatsächlich die leichtere Version für jemanden. No joke. Ja, definitiv. Also auch in der Kniebeuge wirklich mal das zu adressieren, muskulär, das anzusteuern, was du eigentlich ansteuern willst, ist nicht so einfach. Und dann sieht das von außen immer nach einer gleichen Bewegung aus. Aber der eine spürt seine Quads und der andere gar nicht. In einer Hip-Hinch-Bewegung mal wirklich über die Hamstrings zu arbeiten und nicht alles über den unteren Rücken zu ziehen, das erfordert viel Technik-Training. Und wenn du das nicht drauf hast, dann ist vielleicht ein Rückenstrecker, also so ein römischer Stuhl, wo du dich so 45 Grad einhaken kannst und dann einfach so ein Rumpfheben quasi draus machst, ist vielleicht besser geeignet für dich. Oder dann, wenn wir über ein Hamstring sprechen, einfach eine Beinbeugermaschine. Einfach um dann den Trainingsreiz auch dahin zu bringen, wo er hinkommen muss, um das Gewebe zu adressieren, was adressiert werden muss. Okay, du meintest ja jetzt, dass es oft ziemlich stumpf ist. Also ist Varianz eigentlich nicht so wichtig, jetzt meistens in den Reha-Übungen? Wenn Probleme auftreten, dann mit Sicherheit. Also ich muss dann schon gucken, hey, vielleicht sorge ich in der Kniebeuge einfach über eine leichte Außenrotation der Fußstellung dafür, dass ich über die volle Range schmerzfreier das Ganze belasten kann. Also Varianz und Bewegungsvarianten zu finden, ist sehr, sehr wichtig im Reha-Prozess. Aber solange ich in einer bestimmten Bewegung über die Wochen der Reha stärker werde und solange ich sehe, okay, ich kann immer noch zwei Wiederholungen obendrauf packen, ich kann immer noch einen Satz mit dazu packen, ich kann immer noch irgendwie fünf Kilo obendrauf packen und die Bewegung funktioniert. Ja klar, es wird anstrengender, aber der Körper adaptiert, wird stärker und der Prozess hört erstmal nicht auf und ich erreiche kein Plateau. Warum sollte ich die Übung wechseln? Okay, ja. So ergibt sich das. Bleib in der Übung drin, werde stärker drin und wenn man dann irgendwann merkt, also es gibt Leute, die im Krafttrainer anfangen, die können anderthalb Jahre mit einem Fünf-x-Fünf-System in der Kniebeuge Fortschritt machen. Das geht. Ja. Es gibt Leute, die nach einem halben Jahr merken, ey, irgendwie, ich komme nicht mehr weiter, ich bin an einem Plateau. Und dann sollte man die Trainingsformen ändern, ja, oder die Bewegung mal ändern. Aber solange man Fortschritt machen kann, auf jeden Fall dabei bleiben. Okay. Klar, nicht komplexer machen, als es notwendig ist. Okay. Und wie sieht es aus mit den Körperregionen, die sozusagen nicht betroffen sind von der Verletzung? Vernachlässigen wir die dann nicht in der Reha, wenn wir uns sehr krass eben auf die betroffenen Stellen fokussieren und da herum die Muskulatur stärken, das Bindegewebe wieder aufbauen? Wie bleibt man dann fit im restlichen Körper während so einem Wiedereinstieg? Ja, es müssen ja nicht unbedingt neue PRs übereinstehen, sondern vielleicht ist auch erstmal das Ziel, im restlichen Körper einen Maintenance-Level zu halten oder auf jeden Fall nicht Kraft zu verlieren oder Muskelmasse zu verlieren, sondern den Stand zu halten, auf den man war, während die Verletzung passiert ist. Aber klar, also allein dadurch, dass du einfach insgesamt nicht so intensiv trainieren kannst oder insgesamt nicht so an deine Grenzen gehen kannst oder merkst, hey, beim Benchpressen, es fehlt mir der Fuß am Boden, damit ich meine volle Kraft erwickeln könnte. Die technische Lösung, die ich eigentlich für mich gefunden habe, die kann ich gerade nicht machen, weil der Fuß hat halt eine Schiene und ich kann ihn gerade nicht voll belasten. Dann ist klar, okay, ich werde im Oberkörpertraining auch natürlich dahinsichtlich ein bisschen Kraft verlieren. Manche Dinge, da ist es wichtiger, dann den Abfall zu reduzieren oder den Verlust an Masse so weit wie möglich zu reduzieren, als jetzt zu versuchen, hey, okay, was wäre denn, wenn ich noch drei Stunden Training oben drauf packe? Nee, gib deinem Körper Zeit für die Regeneration, für die Recovery der betroffenen Region und dann kann man im Prozess nach und nach den Fokus wieder auch auf den Rest des Körpers verschieben. Aber gerade in der Akutphase beschäftige dich erstmal mit der betroffenen Region und dann alles Weitere, das kommt dann von alleine wieder. Okay, also man muss schon sich vielleicht auch einfach mal eingestehen oder damit rechnen, dass es zu einem gewissen Verminderung vielleicht der Fitness an anderen Stellen kommen wird und das vielleicht erstmal hinten anstellen dann. Ja, und es kann eine Chance sein. Also du kannst ja auch in so einer Reha-Phase dann mal sagen, hey, ich wollte eigentlich immer so diesen einen Skill lernen. Ich wollte eigentlich immer an meiner Position, bei welcher Bewegung auch immer, arbeiten, hatte aber nie die Zeit dafür, weil das andere Training halt wichtiger war. Ja, dann ist das jetzt deine Chance, an der Bewegungsqualität zu schrauben, an den Positionen zu schrauben, an der Ansteuerung, an einer Kondensation zu schrauben, um dafür zu sorgen, dass du dann aus dieser Reha-Phase eigentlich stärker und belastbarer bist und leistungsfähiger als vorher. Das ist so die Optimalvorstellung. Das wäre cool, ja. Genau, und ich glaube, alles darauf auszurichten, mit der nötigen Grundlage und natürlich dem Prozess der Recovery, ist dann, ja, das, was wir alle erreichen wollen. Okay, und woher weiß ich, dass meine Reha abgeschlossen ist? Also wie lange muss ich trainieren oder woran merke ich, welche Signale gibt mir mein Körper, dass ich es quasi geschafft habe, also dass ich über den Berg bin sozusagen? Ja, also Schmerzfreiheit ist natürlich ein großes Ding, ich glaube, damit steht und fällt das Ganze, aber wenn wir von diesen Kriterien weiterhin ausgehen, die wir vorhin besprochen haben, die in der Reha-Phase wichtig sind, dann sind solche Dinge natürlich auch wichtig für den Abschluss der Reha. Also welche Kraftwerte habe ich wieder erreicht, welche Pace kann ich zum Beispiel wieder laufen, schmerzfrei, welche Distanzen kann ich wieder laufen, schmerzfrei und ohne Belastungsreaktion im Nachhinein, um dann zu sagen, hey, okay, wir haben diese Kriterien erfüllt, du bist good to go für auch wieder Wettkampfbelastung. Da gibt es ganz einheitliche Testbatterien, sage ich mal auch, im Physiobereich, die dann und Kriterien eben, die festgelegt werden, um einfach sicherzustellen, hey, wir übersehen hier nichts und wir haben dann diese Faktoren zu erfüllen, wenn daran noch gearbeitet werden muss, dann ist die Reha-Phase nicht abgeschlossen, wenn man merkt, hey, das kann alles erfüllt werden, dann bist du good to go für auch wieder Wettkampfbelastung. Okay, und was mich auch noch sehr interessiert, wenn man das immer wieder hört, zum Beispiel bei, wenn man ungeknickt ist und man ein Knöchelproblem hat, Problematik, dass es halt immer wieder auftreten kann, dass es halt häufiger mal zu irgendwie Wiederverletzungen kommt, dass man irgendwie vorbelastet ist in irgendeiner Weise. Wie sieht es denn damit aus? Gibt es Verletzungen, bei denen man leider wirklich vorbelastet ist und ein Leben lang darauf achten werden muss, dass es nicht wieder passiert oder kann man sowas auskurieren? Also jede Sportverletzung, jede Erstverletzung ist einer der wichtigsten, einer der dramatischsten Risikofaktoren für eine Wiederverletzung. Das ist einfach so und das wird dann auch lebenslänglich in eine Schwachstelle bleiben und deswegen ist es so wichtig, dass man im Krafttraining halt weiterhin mit dran bleibt. Und das gebe ich auch allen Leuten mit. Also es gibt so gewisse Zirkel, ich nenne das dann so Bulletproof Your Knee oder Bulletproof Your Ankle mäßig, die dann vielleicht nur noch einmal die Woche im Training, aber weiterhin mit etabliert werden sollten, um sicherzustellen, okay, Du setzt trotzdem über die Zeit gewisse Trainingsimpulse, gewisse Trainingsreize, um Deinen Körper auch immer wieder daran zu erinnern, hey, das ist eigentlich wichtig und weiterhin für Adaptationen zu sorgen, um einfach dieses Risiko für die Wiederverletzung zu reduzieren. So, wir können es halt niemals auf null bringen. Das wäre utopisch. Und wir können nicht sagen, hey, die Reha ist erfolgreich abgeschlossen und Du wirst nie wieder damit Probleme haben. So, das sind einfach Aussagen, die wir nicht treffen können und die nur eine falsche Hoffnung irgendwie auch dann erzielen, die einfach nicht stimmt. Und deswegen immer den Fokus weiterhin darauf behalten. Natürlich mit einer gewissen Ruhe auch. Also es soll nicht heißen, Du musst jetzt dein Leben lang siebenmal die Woche weiter trainieren. Nee, absolut nicht. Aber gewisse Inhalte sind wichtig und das sind ja dann beispielsweise auch Inhalte, die in so ein Präventionsprogramm mit reinkommen. Also um das Risiko für eine Erstverletzung zu reduzieren, da ist es genau das Gleiche. Also das sind meistens koordinative Inhalte, natürlich gewisses Krafttraining, aber auch Mittelkörpertraining, damit einfach die Kraft aus dem Unterkörper, dem Oberkörper mit weitergeleitet werden kann. Und diese Inhalte finden dann auch in dem Post-Injury-Training genauso statt. Okay. Hast du mal ein Beispiel für so einen Bulletproof Your Ankle zum Beispiel Impuls, der dann für immer sozusagen mit im Training drin sein sollte? Ja, das sind zum Beispiel gewisse Stubby-Elemente. Also wenn du dir vorstellst, du schiedest auf einem Bein und musst in vier Richtungen so einen Kegel rausschieben, so ein Hütchen. Ja, das wäre zum Beispiel ein Element. Dann eine gewisse Raise-Variante, einmal für den vorderen Bereich vom Schienbein, also so Tibialis Raises oder dann Calf Raises, also Wadenheben ganz klassisch. Und dann mit Sicherheit auch so Scherbelastungen, die auszugleichen, also auf einer stabilen Fläche Sprünge stabilisieren zu können, Sprünge nach vorne und hinten, Sprünge seitlich mit Drehungen, Start-Stopp-Bewegungen. Daraus kann man einen sehr, sehr schönen Pool oder eben so ein sehr, sehr schönes Bulletproof Your Ankle-Zirkeltraining dann bauen, was vorbereitend zum Beispiel vor einer Laufbelastung dann stattfinden kann oder vorbereitend im Krafttraining stattfinden kann. Okay. Kommt es häufiger vor, dass Leute sich wieder verletzen? Beobachtest du das viel oder versucht eigentlich dieses Programm dann wirklich schon das auszuschließen im Endeffekt? Natürlich liegt es wahrscheinlich auch wieder daran, wie diszipliniert die Leute das durchführen. Ja, also da ich mit vielen von meinen Kunden, auch die inzwischen aus der Reha raus sind und nicht mehr akut mit der Zusammenarbeit, trotzdem weiterhin Kontakt habe, entweder in den Storys verlinkt werde bei Instagram oder einfach dann nach einem Jahr oder halben Jahr nochmal nachfrage, oder so, hey, wie geht's dir? Kann ich relativ gut nachvollziehen, so wer einen guten Fortschritt macht und bei wem das dann nochmal wieder aufgetreten ist. Das ist bei mir in meiner Arbeit zum Glück sehr begrenzt. Das Problem an diesem klassischen Physiosystem oder Arztsystem ist aber, dass du mit diesen Leuten gar keinen Kontakt mehr hast. Normalerweise nicht, stimmt. Genau, weil die sind dann irgendwann weg und machen wieder normal ihren Stuff und dann verletzen die sich wieder und dann kommen die aber nicht mehr zu dir. Weil die dann gesagt haben, okay, da ist es ja nicht so gut gewesen. Ich habe mich ja deswegen wieder verletzt. Aber dieses Anprangern ist eigentlich gar nicht richtig, weil vielleicht sind ganz andere Faktoren, haben da eine Rolle gespielt. Dementsprechend ist da schwierig, so eine gewisse Zahl zu nennen, weil man einfach keinen Kontakt zu den Leuten mehr hat. Und ja, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Okay, ja. Aber schön zu hören, dass es scheinbar die meisten, dass es gut geklappt hat bei Ihnen, das Programm. Ja. Und das hoffe ich natürlich auch bei den Leuten, die uns zuhören. Absolut. Dass ihre Reha positiv erfolgt und sie gut abschließen können. Lass uns zum Schluss auch noch ein bisschen über das Mentale vielleicht sprechen, weil das haben wir so ein bisschen außen vor gelassen jetzt, weil es natürlich viel um das Körperliche ging. Aber natürlich spielt das auch eine riesige Rolle, wie man die Leute vielleicht zum Beispiel motiviert, die immer gleiche Übungen zu machen. Also vielleicht gerade zum Thema Motivation, hast du da vielleicht noch irgendwelche Tipps oder so, wie Leute dranbleiben können, wie sie auch vielleicht nicht die Hoffnung verlieren in ihrer Reha. Ja, ja. Also was unglaublich hilft, sind konkrete Ziele. Und diese Kriterien, von denen wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen haben, das können ja auch Zielstellungen sein. Also zu sagen, hey, dein nächstes Ziel ist, dein Körpergewicht in der Kniebeuge schmerzfrei zu bewegen. So. Und dann ist das ja eine Mega-Motivation, weil ich weiß, hey, dafür mache ich das. Ja. So. Und wenn man sich mal anschaut, mit welchen Fragestellungen eine Klientin oder ein Klient eigentlich zu einem Physio geht, so. Ja. Dann sind das vier Fragen. Einmal, was habe ich? Ist das was Schlimmes? Wie lange dauert das? Und was kann ich selber tun? Ja. Fünfte Frage, was kostet das? Aber diese vier, die sind sehr relevant. Und wenn ich die beantworten kann, dann habe ich in meiner Praxis, in meiner Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, echt einfach gemerkt, hey, die Motivation ist da. Ja. Weil die wissen, hey, dafür mache ich das gerade. Und wenn ich an dieser Zielstellung bin, dann geht es weiter. So. Bei Leuten, denen das schwerer fällt, ja, da ist dann einfach auch viel Gespräch sind notwendig. Gewisse Visionen, sage ich mal, ja, oder gewisse Ziele, die vielleicht einfach gerade utopisch sind. Von wegen drei Wochen nach einer Kreuzmann-Verletzung zu sagen, ich will wieder Marathon laufen. Das ist vielleicht noch ein Stückchen hin. Aber das darf Visionen bleiben. Okay. Nur auf diesem Weg braucht es halt bestimmte Teilziele, die erfüllt werden müssen, um dann wieder von dem Marathonlauf träumen zu dürfen oder zu wissen, hey, okay, ich melde mich an, ich laufe den und alles ist cool. Also, ich glaube, konkrete Ziele zu setzen, auch erreichbare Ziele. Es gibt diese Smart-Methode, so aus der Wirtschaft. Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut auch in diesen Sportbereich mit übertragen, dass klar ist, hey, ich kann das nachvollziehbar testen und weiß auch, wofür ich das gerade tue. Das erhöht die Motivation auf jeden Fall. Und dann auch darüber zu sprechen, okay, du bist halt gerade in der Reha-Phase, aber das kann eine Chance sein für dich, an den Dingen zu arbeiten, wo du dich immer so vorgedrückt hast und dann im Nachhinein für eine bessere Leistungsfähigkeit zu sorgen. Riesen-Motivation. Und noch ein Beispiel aus meiner Arbeit gerade. Ich arbeite gerade mit jemandem zusammen, der sich am Handgelenk verletzt hat, operiert werden musste leider, aber das war dann unabdingbar. Und der jetzt gemerkt hat, diese Reha-Phase, die so stumpf eigentlich ist, ja, durch zweimal wirklich Gym-Krafttraining geht es ihm besser. Er hat weniger Beschwerden, die er eigentlich vorher auch in dieser Reha-Phase mitgebracht hat und hat mir dann im letzten Assessment gesagt, hey, Silvan, ich werde mit dabei bleiben. Ich bleibe weiter zweimal die Woche im Gym, weil es mir so gut tut und ich einfach den Übertrag auf mein eigentliches Training in der Crossfit-Box merke und sehe, ah, geil, ich kann mich viel besser, viel schmerzfreier bewegen. Und das ist das größte Lob, was ich irgendwie für mich so annehmen kann, weil ich einfach sehe, okay, trotzdem das so stumpf ist und trotzdem das so wenig Varianz vielleicht hat oder so wenig spielerisch irgendwie ist das Training, es bringt was. Und das ist die größte Motivation, die du haben kannst. Ja, mega. Ich glaube, das war vielleicht auch nochmal ein schöner, so optimistischer und hoffnungsvoller Ausblick zum Schluss. Ich hoffe natürlich, dass wir den Leuten da draußen ein bisschen die Angst nehmen konnten, vielleicht die Leute begleitet, wenn sie in so einer Situation sind und ja, so ein paar Hilfestellungen geben konnten, was da irgendwie wichtig ist während der Zeit, dass man sich schon was zutrauen darf, aber halt auch nicht übernehmen soll. Ich glaube, das war so ein bisschen das Fazit für heute, dass durchaus Training trotzdem noch wichtig ist und wichtiger Bestandteil des Ganzen und das nicht bedeutet, dass man faul auf der Haut liegt, wie du gesagt hast, während der gesamten Reha-Zeit. Absolut, ja. Ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch. Ja, das finde ich auch. Ich habe viel gelernt und ich glaube, unsere HörerInnen auch. Wo können die dich denn noch finden? Vielleicht online? Hast du noch andere Anhaltspunkte oder Möglichkeiten, wo sie nochmal was nachlesen können für sie? Ja, also das Einfachste ist, glaube ich, tatsächlich Instagram. Das verlinkt ihr mit Sicherheit auch in den Shownotes. Ansonsten das Handle ist silvanschlegel.pt. Wenn da Fragen auftauchen, am besten darüber, das checke ich relativ regelmäßig, so die DMs. Da kann man mich auf jeden Fall erreichen. Ansonsten über meine Website silvanschlegel.de. Und ich habe jetzt tatsächlich im Mai ein Buch genau über das Thema rausgebracht, zusammen mit dem Riva Verlag, wo wir uns als Ziel genommen haben, einfach aufzuzeigen, hey, was ist bei Sportverletzungen wichtig? Was muss man an Wissen einfach haben, um dann auch die Reha gut zu planen? Und wie kann man konkret mit einsteigen? Also es sind 75 Übungen mit drin, es sind konkrete Trainingspläne mit drin, die mit einfachen Schritten auch an die akute Situation angepasst werden können und die einen ersten Ansatzpunkt vor allem geben sollen. Weil, wie man das häufig kennt, es wird dann eben nicht diese Frage beantwortet, was kann ich eigentlich selber machen? Sondern man steht dann so ein bisschen vor offenen Türen und weiß nicht, was man tun soll. Und genau da setzt dieses Buch an, also Hobbysportlerinnen und Hobbysportlern zu zeigen, hey, Training ist wichtig und so kannst du loslegen. Prima, vielen lieben Dank, Silvan. Danke dir. Liebe Hörer, ich packe euch die Links und auch den Link zum Buch natürlich wie immer in die Shownotes. Und an der Stelle bedanke ich mich dafür, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Spotify und auch bei Apple Podcast, je nachdem, wo ihr uns hört. Und lasst uns auch gerne ein Abo bei Instagram da, wenn ihr gerade schon dabei seid, unter achilles.running. Und ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running. Bis dahin, bleibt gesund und keep onahren. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.